Also Mädels, wer fängt zuerst an? Lasst es uns gemeinsam tun. Oh wow, ist das eine Pizza? Hm, sieht so aus, als hätte Emma eine billige Version bekommen. Und was sagst du dazu, Mary? Ach du meine Güte, was ist das denn für eine Premium-Pizza? Mia wird ja gleich ohnmächtig. Hey, geht's dir gut? Na, bestens. Na dann, schau sie dir an. Wow, ist das eine Pizza mit Muscheln? Die ist mega teuer, aber Mia findet die überhaupt nicht appetitlich. Na, das muss sie loswerden. Na, kannst du jetzt die Pizza probieren? Es wird nämlich Zeit. Also, was sagst du dazu, Mia? Die scheint nicht besonders beeindruckt zu sein. Wie kann so eine teure Pizza so schlecht schmecken? Aber Mia hat eine Idee. Es gibt ja schließlich noch die Kruste. Mit ein klein bisschen Soße. Mal sehen. Okay, das hat sie nicht enttäuscht. Hm. Na dann, guten Appetit, würde ich sagen. Hallo, jetzt bist du dran, Mary. Come on! Okay. Hm, meine Lieblingspizza. Hm, dieser einzigartige Geschmack. Äh, was denn? Willst du die Kruste? Na gut. Die ist ja komisch. Oh man, ich hab noch so viele saftige Pizzastücke hier. Mit welchem soll ich anfangen? Ich nehm mir einfach beide. Oder gleich drei gleichzeitig. Warum nicht? Das war's. War köstlich. Jetzt bist du dran, Emma. Sieht so aus, als hätte Emma noch nie eine Tiefkühlpizza probiert. Na, die muss man aufwärmen, weißt du das nicht? Aha, sie hat ne Idee. Schließlich hat sie einen eigenen Chefkoch. Kannst du diese Pizza bitte machen? Dieser einzigartige Chefkoch macht die Pizza einfach auf dem Grill. Ja, was soll man sagen? Ein reiches Leben hat viele Vorteile. In Nullkommanichts sollte Emmas Pizza fertig sein. Wow. Mal sehen. Mh, sieht ganz schön gut aus. Emma befolgt wie eine echte Dame alle Regeln des Etiketts. Der Chefkoch ist bereit, die Pizza zu servieren. Wow, ist das echtes Gold? Wunderschön. Das muss sicher köstlich sein. Komm schon, Emma. Probier was. Mh, was für ein saftiges Stück. Mh. Pizernudeln auf die Gabel. Etwa so. Mh, und jetzt kauen. Sieht so aus, als würde Mary der Geschmack nicht besonders gefallen. Aha. Wobei, sie braucht einfach ne Soße. Gut, dass sie immer ein bisschen Ketchup mit hat. Oh ja, mit Ketchup schmeckt nämlich alles besser. Ketchup scheint aber nicht raffiniert genug für Emma zu sein, die an Luxus gewöhnt ist. Vorsicht, Mary. Mia scheint ganz schön hungrig zu sein. Na, was sagst du zu diesen Nudeln? Oh ja, die schmecken so meiniges besser. Emma scheint das gar nicht zu gefallen. Mann, ist das lecker. Tut mir leid, Mia, aber leider habe ich nichts mehr übrig für dich. Los, öffne dein Gericht. Mal sehen. Wow, was ist das denn? Schwarze Meeresfrüchte-Pasta? Ja, aber wir haben jetzt schon gelernt, dass Mia kein großer Fan von Meeresfrüchten ist. Was ist denn los, Emma? Ach so, du wolltest dieses Gericht. Nun, mal sehen, was du bekommst. Aha, das sind wohl Instant-Nudeln. Hm, das ist wohl nicht das, was Prinzessinnen essen. Schwarze Meeresfrüchte-Nudeln wären viel besser gewesen, nicht wahr? Aber du kannst doch sicherlich noch einen Ausweg finden, oder? Bingo! Natürlich! Hey, Mia, wie wäre es denn mit diesem Deal hier? Oh, anscheinend haben die Instant-Nudeln ihr viel mehr gefallen. Ja, so sind eben alle glücklich. Jetzt kann Emma ihre Lieblingsnudeln mit Meeresfrüchten genießen. Mh, richtig gut. Super. Und Mia genießt ihre Nudeln. Und Mary? Mary nimmt sich einfach das Geld. Was soll ich sagen? Jeder ist hier glücklich. Sieht so aus, als wäre Emma bereit, ihr Gericht als Erste zu öffnen. Na, mal sehen. Ist das etwa Pulverkaffee? Das ist das erste Mal, dass Emma sowas sieht. Ja, da braucht sie definitiv Hilfe. Und Mia wird ihre Erfahrungen teilen. Ich brauche dein Glas. Ich werde es dir zeigen. Du öffnest die Tüte, schüttest den Inhalt ins heiße Wasser. Jetzt umrühren. Das war's. Hm, was für ein Duft. Das ist mein Lieblingskaffee. Hier, bitte sehr. Dein Getränk ist fertig, Emma. Probieren wir mal. Der erste Schluck. Oh, dieser Kaffee scheint Emma gar nicht zu gefallen. Tja, unsere Prinzessin trinkt sowas eben nicht. Tut mir leid, meine Liebe, aber das musst du austrinken. Schließlich sind das die Regeln der Challenge. Aber schließlich sind ja Regeln dazu da, um sie zu brechen, nicht wahr? Oh, Hallöchen. Ah, das muss ich loswerden. Ich bin fertig. Was für ein guter Kaffee. Wow, ist das ein Cappuccino von Starbucks? Das ist mein Lieblingsgetränk. Ich kann's kaum erwarten, es zu probieren. Hm, was für ein guter Geschmack. Ich könnte gleich fünf Tassen davon trinken. Hey, Mia, dein Kaffee wartet auf dich. Mal sehen, was ist das denn? Wahnsinn, was für eine schicke Portion Kaffee. Alles ist so golden und exquisit. Mia, sag mir, hätte das sein müssen? Ups. Oh je, oh je, arme Mary. What? Na, wie auch immer, jetzt machen wir uns an den Kaffee. Mal sehen. Oh, was für eine gute Schokolade. Mit einer zarten Creme da drin. Und was ist das? Zimt? Oh, Mia, ich glaube, du hast es übertrieben. Okay, und was kommt jetzt? Wow. Kaffee. Mh, voll lecker. Sieht so aus, als hättest du von diesem goldenen Kaffee jetzt goldene Zähne. Und was ist das? Ein Glas Wasser? Okay. Na, Wasser ist immer gut. Und außerdem richtig gesund. Nun, was haben wir hier? Burger. Wow, Mary hat einen billigen Burger. Aber billig bedeutet nicht immer schlecht. Oh, dieser saftige Burger hier gehört mir. Was ist das denn? Ein goldener Burger? Ja, für ein goldenes Mädchen. Oh je, ich glaube, Mia ist ganz schön hungrig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Scheint ein richtig guter Burger zu sein. Die hat ihren Burger ratzfatz verschlungen. Also, wie schon gesagt, Tischmanieren sind nicht wirklich ihre Stärke. Ah, das kann man ja noch essen, oder? Aber beim nächsten Mal solltest du einen Zahnstocher benutzen. Ups, jetzt bist du dran, Mary. Ah, dieser Burger ist ja richtig blöd. Wobei, Moment mal. Ich brauche einfach ein bisschen Ketchup und Senf. Die machen nämlich alles besser. Wow, das schmeckt ja gleich viel, viel besser. Richtig lecker. Köstlich. Mia, das ist der beste Burger, den ich je gegessen habe. Emma, und jetzt bist du dran. Emma ist bereit, ihren goldenen Burger zu probieren. Aber hier fehlt noch was. Natürlich. Jetzt wird der Diener bringen, was du brauchst. Einen goldenen Burger muss man natürlich in goldenen Handschuhen essen. Ja, jetzt kannst du gehen. Vielen Dank. Oh wow, die sehen richtig gut aus. Wow. Na dann, guten Appetit. Mh, was für ein exquisiter Geschmack. Ja, dieser goldene Burger verdient es, auf Emmas Speisekarte zu stehen. Die Mädels sind einfach nur neidisch. Diese Handschuhe haben ihren Zweck erfüllt. Emma braucht sie nicht mehr. Aber die Mädels scheinen sich darum zu streiten. Mädels, lasst uns herausfinden, was euch als nächstes erwartet. Aha, das ist wohl ein Donut. Ja, Mia freut sich total. Ein ganz einfacher Donut. Hauptsache, dass er auch gut schmeckt. Na, gefällt er dir? Oh ja, Mia scheint ihn so richtig zu genießen. Ja, wie auch immer. Weg ist der Donut. Na, wer kommt als nächstes dran? Hey, you. Come on. Okay, mal sehen. Moment mal. Dina. Oh ja, vielen Dank. Jetzt kannst du wieder gehen. Danke, dass du mir mein Lieblings-Gold-Besteck gebracht hast. Na also, ein Stück abschneiden. Das ist so gut. Und diese wunderbare Creme. Und der Zuckerguss. Einfach viel zu gut. Was ist das denn? Oh, Mädels, das ist nicht wirklich fair. Gib mir sofort dein Handy und öffne dein Gericht. Wow, was für ein wunderschöner, goldener Donut. Der ist einfach mit Gold überzogen. Wow. Köstlich. Das ist wohl der Fall, wo das Gericht nicht nur hübsch ist, sondern auch noch richtig lecker. Wow. Und schon ist der Donut in Marys Mund verschwunden. Normalerweise kauen Leute. Aber nicht diesmal. Mädels, lasst uns Verstecken spielen. Schnick, schnack, schnuck wird entscheiden, wer uns sucht. Haha, Amanda, du zählst. Ich werde mich so verstecken, du wirst mich niemals finden. Ich bin mir sicher, mich wird niemand finden. Äh, abgesehen von den Spinnen hier. Oh Mann, was für ein komischer Abstellraum. Was sind das denn für Schlüssel? Die passen wohl sicher zu diesen Saves. Mal sehen. Nein, ich werde reingezogen. Ich komme euch suchen. Wo könnt ihr nur alles stecken? Haha, ich glaube, ich habe Fibi gefunden. Ich habe dich. Wo ist Mike? Keine Ahnung, lassen wir uns suchen. Irgendetwas sagt mir, dass er im Abstellraum ist. Mann, hier ist ja niemand drin. Schau mal, hier sind so viele coole Sachen drin. Schau mal, diese Saves, die gefallen mir total. Vielleicht steckt Mike in einem von denen. Ich weiß, die Idee klingt doof, aber wer weiß. Okay, lass uns die Dinger öffnen. Oh, das ist sicher nicht Mike, aber das ist ein Kinder Bueno. Willst du ein Schokorige? Oh, voll lecker. Und was steckt in der gelben Kiste? Mal sehen. Aha, das sind hier Fledermäuse. Du meine Güte. Lass uns mal noch den grünen Safe öffnen. Oh wow, ich glaube, wir sind in einer Challenge gelandet. Darf ich anfangen? Oh, ich wusste doch, dass ich was Gutes bekommen würde. Oh nein, meine Cola ist hingefallen. Das verspricht echt nichts Gutes. Aber ich muss sie wohl öffnen. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Warte, warte, trink noch nicht. Ich will auch meinen Safe öffnen. Oh nein, ich habe ganz viele Zitronen. Ich hasse Zitronen. Und was hast du? Keine Ahnung, mal sehen. Wow, das ist ja eine kleine Wolke. Ich glaube, es regnet. Mann, es regnet Skittles. Ist das toll. Das ist die beste Wolke, die ich je gesehen habe. Voll cool. Und schmeckt gut. Hey, Phoebe, wieso trinkst du deine Cola nicht? Wow, die ist ja schnell. Das war mega lecker. Ich glaube, ich muss rülpsen. Oh Mann, das war ganz schön hart. Tut mir leid, das warte ich nicht. Hey, das gehört sich doch total nicht. Ja, genau, das war mega ekelhaft. Ja, jetzt seid doch nicht so. Macht einfach weiter. Deine Zitronen warten auf dich. Ich habe schon gehofft, dass ihr sie vergessen habt. Wie auch immer. Ich glaube, ich habe eine Idee, was mir die Sache einfacher machen könnte. Ich drücke einfach Zitronensaft aus. Hoffentlich schmeckt er besser als die Zitronen selbst. Ich muss es aber herausfinden. Hey, hör doch auf. Sei doch vorsichtiger. Amanda, tut mir leid. Ich habe gerade auch ohne euch eine schwierige Zeit. Das schmeckt voll furchtbar. Das war so eine Art kostenlose Dusche. Wieso regnet es nicht mehr Bonbons? Obwohl, doch. Mach schön weiter. Wieso bekommst nur du die Süßigkeiten? Ich will auch welche haben. Ah, das hat doch voll wehgetan. Außerdem ist das meine Wolke. Ich werde die Dinger essen. Ich werde sie dir wegnehmen. Sicher nicht. Hör auf, meine Wolke anzufassen. Das ist meine Wolke. Du wolltest Bonbons. Hier, bitte sehr. Ah, das hat wehgetan. Ich glaube, ich habe diesmal Glück gehabt. Mal sehen. Das ist ja ein neuerer iPhone. Jetzt kann ich die besten Bilder machen. Mike, Amanda, lächeln. Hey, was machst du denn da? Zum Andenken. Zeit herauszufinden, was euch erwartet. Irgendwie gefällt mir der Gestank nicht. Wieso kriege ich eine Zwiebel und du ein iPhone? Irgendwas erwartet mich? Das ist ja voll seltsam. Ich bin noch keine fünf Jahre alt, um mit Puppen zu spielen. Aber ich muss zugeben, die sehen lustig aus. Ich könnte damit spielen. Hä, was ist hier los? Ich kann meine Hand nicht kontrollieren. Aha, ich glaube, das sind so eine Art Voodoo-Puppen. Leute, ich kann euch kontrollieren. Mal sehen, was noch in meinem iPhone drinsteckt. Pibi, Hand hoch. Hä? Wieso kann ich nichts sehen? Och, Meno. Das war noch nicht alles. Ich will, dass du mit der Hand wackelst. Das klappt wirklich. Oh nein, wegen dir ist mein iPhone kaputt gegangen. Was hast du angerichtet? Das war doch nicht extra so. Ich finde, es ist Zeit, deine Zwiebel zu essen. Nee, ich habe echt keine Lust darauf. Du musst aber, das sind die Regeln der Challenge. Sonst werde ich dir ein bisschen helfen müssen. Du wirst was abbeißen müssen. Nein, das ist voll eklig. Ich kann diesen seltsamen Geruch schon aus jeder Spalte des Raumes riechen. Außerdem möchte ich, dass Mike sich selber verprügelt. Hey, bitte, kannst du aufhören? Das ist voll blöd. Okay, es scheint aufgehört zu haben. Amanda, fass diese Puppen bitte nicht mehr an. Wer hätte gedacht, dass das so lustig sein würde? Lasst uns doch mal eine Runde tanzen. Schneller, 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 schneller. Oh nein, ich habe meine Puppen verloren. Jetzt gehören die uns. Ich wollte doch nur ein bisschen spielen. Diesmal erwartet mich was Schönes. Oh ja, ich liebe Chips. Es wird Zeit für ein kleines Mittagessen. Aber wie soll ich die Packung öffnen? Komm, die können wir explodieren lassen. Jetzt kann Amanda ihre Chips probieren. Ich hoffe, mich erwartet was Angenehmes. Oh nee, wieso muss das Brokkoli sein? Mike, soll ich dir was von meinen Chips geben? Mach die Augen zu, öffne den Mund. Oh no. Hä? Wie ekelhaft ist das denn? Ich will nicht auf diesem Gras rumkauen. Okay. Phoebe, mach deinen Safe auf. Aha, da ist so ein lila Hut drin. Here we go. Hä? Die ist ja weg. Voll seltsam. Naja, ist einfach nur ein Hut. Oh wow. Er hat Mike unsichtbar gemacht. Wait a minute. Nee, ich werde niemanden diesen Hut geben. Mike, es wird Zeit, dass du dein Brokkoli isst. Nee, ich hab sicher nicht vor. Du musst aber. Oh my God. Okay, das reicht aber. Ihr habt doch keine Ahnung, wie ekelhaft das ist. Du willst doch nicht, dass wir dich füttern. Wieso seid ihr so grausam? Das ist die schlimmste Folter, die ich mir vorstellen kann. Noch ein bisschen und dann verwandle ich mich ja selber in ein Stück Brokkoli. Wie geht's? Oh nein. Tut mir leid, aber ich konnte es nicht halten. Ih, wie ekelig. Wir brauchen dringend Gasmasken. Hey, wieso habt ihr mir keine Gasmaske gegeben? Okay, ich glaube, es ist vorbei. Die Luft ist wieder frisch. Amanda, es wird Zeit, dass du deine Chips isst. Da stimme ich zu. Ich bin ganz schön hungrig. Wie lecker. Ich wünschte, ich könnte auch was davon probieren. Putten weg. Ah, du bist ja voll gierig. Okay, dann werde ich mich wohl auf eine Tour machen müssen. Wer hätte gedacht, dass Chips fliegen können? Ah, da steckt doch die hinteraltige Phoebe dahinter. Okay, ihr habt mich durchschaut. Wir haben genug von einem blöden Hut. Hey, nein, bloß nicht das. Oh oh. Wo ist mein Hut? Ich werde ihn nie wieder finden. Genauso wie mein Hündchen. dieser gute alte Stuhl-Prank ist immer wieder gut. Manu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg uns am Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss. Wow, Dan, du musst aufpassen. Lass uns herausfinden, was die kleine Mia will. Wow, das sind Kekse. Wie süß. Lass uns die leckersten Kekse für Mia zubereiten. Es kann losgehen. Das ist doch ganz einfach. Ich weiß schon, womit ich anfangen soll. Wir rollen den Teig aus. Enkel, hör auf. Schlag den Teig nicht. Er hat dir nichts getan. Lass mich dir zeigen, wie man den Teig richtig behandelt. Er muss mit einem Nudelholz ausgerollt werden. Du musst ihn nicht schlagen. Jetzt schneiden wir runde Kekse aus dem Teig aus, legen es auf ein Backblech und stellen es in den Ofen. Wir warten. Oh Mann, mit solchen Keksen wirst du niemanden überraschen. Lass mich euch eine Meisterklasse zum Thema Lebkuchenhaus zeigen. Ich muss die richtigen Stücke aus dem Teig ausschneiden, damit ich später ein Haus basteln kann. Jetzt schicken wir alles in den Ofen. Schaut mal, was für ein cooles Messer ich gefunden habe. Ich kann damit den Teig schneiden. Ich glaube, so ein Kreis passt perfekt. Haha, was soll ich jetzt tun? Genau, ich möchte dem Teig mehr M&M's Momos hinzufügen. Es wird unglaublich lecker. Schwester Mia wird's lieben. Juhu. Jetzt können wir alles in den Ofen schicken. Und wir warten. Awesome. Ich hätte es fast vergessen. Meine Kekse sind fertig. Wir können sie herausnehmen. Schaut nur, wie köstlich sie sind. Mh, lecker. Meine Kekse sind auch fertig. Jetzt muss ich nur ein Lebkuchenhaus bauen. Es ist überhaupt nicht schwer. Wir befestigen alles mit Vanillecreme und dekorieren das Haus selbst mit schönen und leckeren Fruchtkummis und Süßigkeiten. Es wird sehr lecker schmecken. Wie schön. Mir fehlt etwas. Genau, Skittus. Sie schaden nie. Es bleibt mir nur noch ein paar Teigchen zu fügen und alles mit Puderzucker zu bestreuen. Oh, perfekt. Dan, ich glaube, dein Ofen brennt. Nein, das kann nicht wahr sein. Wir müssen schnell etwas tun. Oh nein, mein Kekse sieht überhaupt nicht appetitlich aus. Wow, was? Woher kommt dieses schreckliche Geruch? Dieser Keks ist zu fest. Wie soll ich ihn essen? Ich will es nicht. Und was ist hier? Oh, wie süß. Das ist ein echtes Häuschen. Wow, Lebkuchenkekse. Ich liebe sie. Super. Und jetzt werde ich Omas Kekse probieren. Ich habe eine coole Idee. Idee. Ich kann sie alle auf einmal essen. Haha, ja. Sehr lecker. Dieses Haus hat mir aber am besten gefallen. Ich wusste, dass ich die Beste bin. Was will die kleine Mia jetzt? Wow, was für ein schönes Pizzabild. Super, es ist eine einfache Aufgabe. Das schaffen doch alle. Lass uns sofort kochen. Ich weiß bereits, womit ich anfangen werde. Ich muss die Tomatenpaste öffnen. Aber ich schaffe es nicht. Enkel, hilf der Oma. Du bist so stark. Gut gemacht. Probieren wir ein bisschen. Sehr lecker. Jetzt können wir ein wenig auf den Teig legen. Perfekt. Was für ein köstlicher Käse. Wir reiben ihn auf meine Pizza. Und jetzt kommt die Wurst. Denn, habe ich das erlaubt? Na gut, ich habe noch viel Wurst. Perfekt. Es bleibt übrig, alles in den Ofen zu stellen und zu wasen. Was macht denn da? Ich habe alles unter Kontrolle. Oh nein, der Zeig ist runtergefallen. Wie mache ich hier eine Pizza ohne Zeig? Oh, Oma, bist du wirklich bereit, ihn mit mir zu teilen? Wie cool, danke. Ich kann jetzt die beste Pizza machen. Ich brauche eine Marshmallow-Creme. Perfekt. Sehr lecker. Jetzt ist es Zeit für Skittles. Ich möchte alles schön machen. Wir öffnen die Skittles. legen alles aus und teilen die Bonbons nach Farbe auf. Schau es mal, was für ein hübscher Regenbogen. Perfekt. Es bleibt nur übrig, alles in den Ofen zu schicken. Chef, was machst du da? Ich bin dabei, die beste Pizza für Mia zu machen. Zuerst werde ich den Teig schwarz färben, denn nur eine teure Pizza kann schwarz sein. Perfekt. Jetzt legen wir mehr Tomatenmark hin. Es wird sehr lecker sein. Ich reibe echten Schimmelkäse. Er hat einen unglaublich angenehmen, raffinierten Geruch. Baby Mia wird es schätzen. Für die Füllung verwende ich Meeresfrüchte, Garnelen und Muscheln. Legen wir ein paar Kirschtomaten und Brokkoli dazu, damit es noch besser schmeckt. Schaut mal. Meine Pizza ist fertig. Wir stellen sie in den Ofen und warten. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Pizza fertig ist. Das ist das Schwierigste. Was für ein angenehmer Duft steht in der Küche. Bald ist alles fertig. Verschlaft nicht. Oma, wach auf. Deine Pizza ist fertig. Wirklich? Super. Sie ist schön und appetitlich. Sie ist. Meine Pizza ist perfekt. Ich bin gespannt, wie es meiner Pizza geht. Ich muss sie herausnehmen. Sie ist so schön geworden. Mia, probier sie schnell. Hurra. Mama, ich möchte sie kosten. Diese Pizza sieht so komisch aus. Das sind irgendwelche Muscheln. Das ist ekelhaft. Und was ist hier? Eine Pizza mit Skittles? Diese Kombination habe ich noch nie gesehen. Oh, sie schmeckt schrecklich. Und was haben wir hier? Hm, was für ein Duft. Oma, das ist die beste Pizza meines Lebens. Sehr lecker. Meine Oma hat gewonnen. Joho, ich bin der Sieger. Autsch, der Rücken ist nicht mehr dasselbe. Hilfe. Was hat uns die kleine Mia dieses Mal gemalt? Oho, das ist ein Burger. Wie cool. Es wird unglaublich lecker sein. Ich verspreche es dir. Leute, wir müssen anfangen. Ich möchte keinen klassischen Burger machen. Ich mache einen süßen Burger und Mia wird begeistert sein. Ich habe schon eine Idee, was ich als Füllung verwende. Zuerst nehmen wir mehr Nutella. Mh, wie lecker. Ich liebe sie. Lasst uns mehr davon nehmen, damit Mia meinem Gericht die höchste Punktzahl vergibt. Als nächste Füllung nehmen wir Marshmallow. Schaut mal, was für große Marshmallows. Ich werde einen klassischen Burger machen. Er wird meiner Enkelin sicher gefallen. Wir nehmen ein Brötchen und trocknen es ein wenig in der Pfanne. Oh, das ist etwas vom letzten Jahrhundert. Die Technik entscheidet jetzt alles. Ich habe einen speziellen Grill, in dem ich alles vorbereiten werde. Es wird ein perfekter Burger. Das werden wir noch sehen. Ich muss etwas Hackfleisch für das Kotelett nehmen. Ich denke, so viel reicht. Wir rollen es aus, legen es in eine Pfanne und drücken ein bisschen. Oh, was für ein Duft. Perfekt. Jen, was machst du denn? Du musst dich beruhigen, Schatz. Oma, lenkt mich bitte nicht ab. Ich brate die Marshmallows an. Oh, so sieht es viel appetitlicher aus. Jetzt legen wir die Fruchtgummibänder drauf und fügen unser Brötchen hinzu. Fertig. Ich gieße Erdbeersirup drüber, um sicher zu sein, dass mein Gericht sehr lecker schmeckt. Ich glaube, es wird nicht schaden, wenn ich Nerd-Bonbons hinzufüge. Schaut mal. So cool. Mein Burger ist fertig. Wie gefällt er euch? Gut gemacht, Enkel. Du hast dir ja Mühe gegeben. Chef, haben Sie das gesehen? Zurück zum köstlichsten Burger der Welt, nämlich zu meinem. Ich habe die Brötchen bereits gebraten, also ist es Zeit für das Kotelett. Wir legen es in den Grill. Mh, so lecker. Es bleibt jetzt übrig, den Speck zu braten. Jetzt bereiten wir das Gemüse vor. Wir schneiden eine Tomate in Scheiben und legen sie auf das Brötchen. Dann kommen der Salat und viel Ketchup. Super. Das Kotelett und der Käse. Jetzt kommt Speck. Und wir wiederholen alles noch ein paar Mal. Fertig. Es hat super geklappt. Sind alle bereit? Warum sitze ich denn hier? Ich muss ein paar Soßen hinzufügen, damit mein Burger nicht trocken ist. Und jetzt legen wir ein paar Salzgurken hin. Oh, ich kann das Glas nicht öffnen. Chef, Hilfe. Wow, sie sind ein Profi. Ich brauche nur ein paar Stück. Meine Gurken sind die besten. Das Brötchen oben drauf und wir können servieren. Mia, probier es schnell. Ist alles fertig? Oh ja, alle Burger sehen so interessant aus. Ich möchte diesen hier kosten. Mh, sehr lecker. Und was ist hier? Wow, er sieht aus, als wäre er von Oma gemacht. Hey, die ganze Füllung ist herausgefallen. Ich mag sowas nicht. Oh nein. Und was ist das hier? So bunt. Mein Bruder hat sich so Mühe gegeben. Ich muss diesen süßen Burger sofort kosten. Oh ja, sehr lecker. Ich liebe es. Hier gibt es alle meine Süßigkeiten. Und sogar Marshmallows. So gut. Wer gewinnt? Meine Entscheidung ist, der Bruder hat gewonnen. Wow, endlich. Ich dachte schon, ich würde nie gewinnen. Dieses Mal muss es etwas unglaublich leckerer sein. Oho, das sind Nuggets. Lasst uns schnell kochen, bevor Baby Mia wieder weint. Weckt Oma aus, dass wir sie alles verschlafen. Nuggets? Ah, das ist ja ein Kinderspiel. Ich zeige es euch gleich. Ich muss etwas Öl in die Pfanne gießen. Ich denke, so viel reicht. Dann brauchst du das? Natürlich. Nimm es ihr. Hurra. Gleich gieße ich auch Öl in die Pfanne. Hey, warum kommt kein Öl heraus? Komm schon. Gerade hat es bei Oma geklappt. Oh nein, das war irgendwie zu viel. Ups. Dan, du musst aufpassen. Jetzt schneiden wir das Hähnchen in kleine Stücke, sodass sie wie Nuggets aussehen. Es bleibt übrig, alles für die Panade vorzubereiten. Wir schlagen ein Ei in einen Teller auf und dann mischen wir alles. Wir tauchen das Hähnchen in das Ei, dann in Paniermehl und schicken es in die Pfanne zum Braten. Perfekt. Schaut mal, was für schöne Nuggets. Wir legen sie auf einen Teller. Chef, was machen Sie da? Ich habe ein viel besseres Rezept. Wir bestreuen meine Nuggets mit viel Gold. Oh, wie schön. Schaut nur, wie sie glänzen. Wir legen alles auf einen schwarzen Teller. Oh ja, ihr habt es richtig gehört. Jetzt fügen wir einen tollen Effekt hinzu. Das ist flüssiger Stickstoff. Wow, Chef hat es so cool gemacht. Wie kann ich mich überraschen? Ich nehme einfach fertige Nuggets von McDonald's und tauche sie in den Käse. Es gibt nicht viel Käse. Mh, es sieht so cool aus. Und jetzt in die Semmelbrösel. Ups, meine Nase juckt, Chef. Oh nein, die Semmelbrösel sind jetzt weg. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau, ich habe ja Cheetos. Sie sind sicher nicht schlechter als Semmelbrösel. Wir zerkleinern die Cheetos mit einem Hammer. Hey, hört auf, mich beim Kochen zu stören. Jetzt kommt es auf das Brett. Wir tauchen die Nuggets in den Käse und braten sie. Bald ist alles fertig. Ich hab's. Wie schön. Wir legen sie auf den Teller. Super. Ich muss etwas Ketchup zu den Nuggets hinzufügen. Ich denke, so viel reicht. Wir können servieren. Wow, wie cool. Woher kommt der Dampf? So schön. Wow, diese Nuggets blenden mich. Ich muss eine Brille aufsetzen und sie kosten. Naja, es geht so. Was ist mit meinen Lippen los? Sie sind auch golden geworden. Nein, die goldenen Nuggets sind nicht wirklich mein Favorit. Was gibt es hier? Das sind normale Nuggets. Ich esse sie immer. Mal sehen, wie sie schmecken. Ich liebe Ketchup. Die Nuggets schmecken lecker. Was haben wir hier? Das sind Spießnuggets. Der Kiesel ist so cool. Und die Nuggets sind lecker. Sie sind die Besten. Hurra, ich habe wieder gewonnen. Wie cool.